schaut mal ich habe jetzt hier zum beispiel diese dachlatte und die ist jetzt hierfür zu kurz also ist meine idee das dach jetzt quasi wie das alte dach zu bauen das heißt ich werde jetzt erstmal hier so eine querlatte machen dann komme ich da ein bisschen rein das ganze auf der seite genauso und dann würde ich das hier wieder hinbekommen und braucht diese dachlatte halt nicht klein schneiden oder zu entsorgen dann würde ich damit hier quasi vorne beginnen und dann werde ich noch zwei machen zwei längs dachlatten habe ich auch noch da und dann kann ich schon mal das dach anfertigen und das werde ich dann von oben hier verschrauben dann ist diese verbindung gedübelt geleimt zum schluss und noch mal oben verschraubt und verleimt und das tut sich am gesamten wagen wieder spiegeln hier vorne habe ich jetzt auch geplant dass hier unter die plexiglasscheibe zu planen denn ich brauche für den motor auch eine auflagefläche und das werde ich dann hier gegen schrauben dann werden wir die später sehen ich werde die wahrscheinlich schwarz machen mit das nicht so auffällt diese dachlatte werde ich quasi hier drunter befestigen quasi hier wie die jetzt so liegt nur tiefer und dann ist das auch quasi so ein stabiler punkt hier vorne also dann könnte man sich quasi gefühlt wirklich da drauf setzen würde ich zwar jetzt nicht machen aber und dann ist das ganze halt vorne nochmal schön abgefangen dann wie wir hier sehen ist da einmal diese leiste die werde ich quasi nicht vier zentimeter oben planen sondern unten bündig setzen quasi hier hier ist das brett und ich werde die latte dann ab da anfangen zu schrauben genauso wie die latte hier und die werde ich quasi an die tür machen und die läuft halt hinten komplett durch und hier vorne brauche ich eigentlich nicht mehr viel quasi nur noch die nach hinten nach unten ja und paar zentimeter nach da die sind jetzt zu lang die werden wahrscheinlich noch mal umfangen und die 15 zentimeter gekürzt so ungefähr wie das brett oder plus fünf zentimeter mehr und dann mache ich quasi hier so eine abkastung und das gesamte face werde ich halt noch mal verbreitern von hier bis hier zehn zentimeter breiter und minimal höher das armaturenbrett genauso aber ich werde jetzt erstmal anfangen mit hier oben das gestell aber schaut mal mir ist wieder eine idee eingefallen ich werde ja hier den akku auch hier machen und das ist ja quasi verschenkter raum jetzt habe ich mir gedacht diese platte werde ich einfach mal hier so rein legen und dann hätte ich noch eine gewisse höhe nach oben vielleicht so hoch wie der controller ist aber jetzt irgendwie was da aus holz zu bauen habe ich mir gedacht das wird wahrscheinlich auch wieder zu schwer also werde ich eine transparente alte kiste nehmen ich werde euch die gleich mal zeigen dann werde ich vielleicht noch ein holzstreifen hier rein machen dass die quasi aufliegt und ich die immer auch rausnehmen kann dass ich halt an dem motor kann das ist auch jetzt das schöne ich komme hier problemlos überall dran genau zeige ich euch gleich dann habe ich hier noch die ganzen rest abschnitte die werde ich natürlich auch verwenden die länge eignet sich fast perfekt fürs neue armaturenbrett das werde ich dann diesmal aus drei Millimeter machen nicht mehr aus pappe vielleicht ist meine idee auch dieses display hier einzulassen muss ich mal gucken problem ist hier in dem bereich sehe ich halt nix also bringt es eigentlich sehr wenig müssen wir mal schauen schaut mal ich habe hier diese blumenkästen und ich habe die nur bis hier geschnitten meine idee ist vielleicht sogar noch ein stück tiefer einzuschneiden dass ich so eine fünf bis sieben zentimeter tiefe schale habe und die werde ich dann mit ich hier reingreifen kann und auch sachen rausnehmen kann denn das wäre ja sonst verschenkter platz meine meinung nach und ich habe ja zwei stück davon ich muss mal schauen ich muss mal schauen und alternativ hätte ich die hier die würde ich dann vielleicht schneiden also wenn der controller nicht da wäre wird die passen ja ich weiß nicht mal schauen das ist jetzt so die beispiellänge und dann könnte ich jetzt noch so runter gehen und vielleicht hier noch eine querstreberein mal schauen so Okay. das gute ist das drückt jetzt das runter und das werde ich jetzt so verschrauben und Vielen Dank. 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 Das werde ich genauso bauen, nur noch ein bisschen besser. Deswegen habe ich mir das jetzt auch da erstmal hingestellt. Krasse Elektronik, viel zu viel Gabel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Ganze hängt nur noch da hinten an, drei Schrauben. Diese Schräge werde ich auf jeden Fall beibehalten, weil ich das brauche, um zu pedalieren. Das Ganze werde ich noch mal ein bisschen höher kleben. So, hier habe ich schon mal einen Stein drunter gelegt, damit das Ganze ein bisschen höher kommt. weil das Ganze hängt, weil das Ganze hängt, weil das Ganze hängt, weil das Ganze hier rein kommen. Das Ganze dauer Medic, das Ganze alles verschrauben, das Ganzehereinacher 하고, das Ganze schon mal so leicht bent. Und hier vorne machen wir dann später weiter. schaut mal ich habe mir jetzt mit diesem krepppapier quasi das verlängert bis nach außen und das ganze ist jetzt halt bündig so und bündig so das heißt ich kann jetzt quasi nach hier hoch bauen und nach vorne das ist quasi mein anhaltspunkt wie gesagt mit ich auch pedalieren kann genau als nächstes werde ich jetzt dieses brett genau anfertigen auf dem maß mit alles so ist wie es steht so ich habe jetzt mal hier das brett ein bisschen bearbeitet mit das leichter wird und dann hier so laschen reingesägt und die laschen habe ich jetzt so mit diesen guten transport sicherheitsgurten keine ahnung wie die jetzt heißen habe ich auf jeden fall hier an den drei punkten nach oben hin befestigt und da ist auf jeden fall kein runterkommen nach da kann das auch nicht weil quasi genau die lasche hier am trädlager anschlägt nach da kann das auch nicht weil ich die pappe nach da verschraube und das ganze habe ich jetzt hier so gelöst mit zwei winkeln eine m5 mutter dadurch geschraubt und mit winkeln nach unten nach oben geschraubt das ganze hängt jetzt erstmal auf den zwingen das soll quasi die schrauben jetzt erstmal ersetzen und eigentlich kann ich jetzt die latte wegnehmen und das ganze dürfte nicht mehr absacken wir werden mal schauen klar minimal sagt das ab aber jetzt hängt es quasi nach oben hier nach unten und die zwingen ziehen das wieder nach oben jetzt messen wir mal kurz hier den abstand das sollte eigentlich so 16 cm sein wenn es 15 ist ist auch nicht so schlimm wie wir sehen 16 15,9 andere seite also wenn das jetzt auf den millimeter hinhaut dann ist es auf jeden fall cool was haben wir da 15,6 ja 3 mm das geht noch der boden der kann auch sehr wahrscheinlich schief sein und der ist auch hundertprozentig schief aber gut das ganze ist jetzt auf jeden fall da abgefangen das mit den winkeln werde ich hier an der position auch nochmal machen das sieht zwar jetzt nicht schön aus aber so krass fallen die winkel jetzt auch nicht auf aber mir ist wichtig dass halt stabilität gewährleistet ist und mit den löchern da ist habe ich wie gesagt auch nochmal stabilität gespart ich werde noch so eine lasche hier rein machen weil da ist noch so eine öffnung nach oben hin genau und ja dann habe ich quasi das jetzt schon mal abgefangen das ist sehr schön und dann können wir im nächsten schritt weitermachen ich werde auf jeden fall die winkel da noch kurz befestigen ja genau ist auf jeden fall noch jede menge arbeit ich werde auf jeden fall so liegt das quasi und so muss ich das quasi jetzt ausschneiden nur halt 11 cm größer ich habe das ganze jetzt wie gesagt schon verbreitert und ich habe das jetzt mal abgenommen in der mitte getrennt und auch noch mal um 12 cm erst mal angestückelt das ganze ist jetzt ziemlich breit geworden ich überlege hier vorne wieder ein bisschen schmäler zu gehen muss ich mal schauen ja dann habe ich mal grob so paar dachlatten festgeklebt mit tesafilm dann hatte ich noch mal eine tür gemacht und so ungefähr soll das aussehen dann hier hinten habe ich mir quasi schrägen jetzt erstmal aus tesafilm gemacht also ist definitiv viel einfacher und ihr habt kein verschnitt kein aufwand und so ungefähr stelle ich mir das vor jene schräge hier unten ehrlich gesagt weiß ich nicht ob ich nicht schräge machen soll entweder ihr habt in die kommentare geschrieben ich soll die klappe bis hier machen und das untere stück könnte ich dann so nach unten klappen dann kann ich so sitzen wenn das jetzt nach oben läuft sitze ich hier in dem bereich natürlich höher und dann stellt mich das da oben also wenn ich jetzt so sitze würde das auch mit der schräge funktionieren und hier habe ich jetzt auch schon mal so in der höhe das jetzt die maximal höhe wo ich das fenster dran machen könnte wie wir hier sehen oder ich gehe mit der schräge noch minimal höher und dann ist das auf jeden fall safe ich wollte jetzt erstmal kurz die dachlatten links und rechts montieren dann sieht das schon ein bisschen stabiler aus und hier vorne dass hier die schräge wollte ich noch mal ändern dass die schräge und quasi die beiden dachlatten noch verbindet weil jetzt hängt quasi das vordere nur hier an den dübeln ich würde hier die dachlatte halt von da nach da verschrauben dann hält das ganze konstrukt auf jeden fall nach da aber ich möchte auf jeden fall hier vorne noch eine befestigung haben und ich kriege gleichzeitig die schräge rein denn jetzt derzeit hätte ich nur eine rechteckige tür und das sieht nicht so schön aus muss ich ehrlich gesagt sagen und mit dieser tür gefällt mir das schon viel besser das ist vielleicht sogar mein fertiges maß wie wir sehen hier fehlen paar zentimeter also ungefähr kann ich mir das vorstellen dann muss ich dieses obere gestell auf jeden fall weiter nach hinten schieben und dann noch mal hier die bisschen versetzen ich lasse das erstmal gerade durchlaufen mal gucken wie das aussieht und danach kann ich die schräge rein machen weil wenn ich jetzt die schräge mache dann ist das halt zu kurz und aber mit schräge sieht das definitiv schon viel viel besser aus könnt ihr auch mal gerne in die kommentare schreiben und hier unten ja wie gesagt bin ich mir noch nicht sicher das problem ist wenn ich jetzt hier eine zweigeteilte klappe mache habe ich wiederum noch mehr gewicht weil diese teilung braucht ja auch wiederum zwei dachlatten und dann wiederum eine befestigung nach links und rechts und nach oben hin und ja das problem ist das summiert sich alles deswegen hier kommen ja noch zwei dachlatten rein also ich muss noch vier maximal fünf stück kaufen weil die ja quasi durchgehen bis hierhin ungefähr dann brauche ich noch mal zwei komplette dachlatten für die tür weil ich ja hier eine fräsung rein mache da eine fräsung und ja ist noch jede menge arbeit aber kriegen wir hin also sieht schon nice aus muss ich sagen aber ich werde jetzt mal kurz die hier eben machen so schaut mal ich habe noch mal paar dachlatten geholt einfach mal ein paar reserve und die gibt es auch in der drei meter länge und ich erhoffe mir dadurch auch weniger für schnitt weil ich halt längere sachen schneiden muss hier hinten kommt auf jeden fall nicht rege rein mindestens eine kleine so eine zehn zentimeter also das muss auf jeden fall sein sonst sieht das komisch aus hier unten werde ich keine schräge machen wie vorher und jetzt haben wir quasi schon mal ungefähr die länge wobei ich das ganze noch mal zehn zentimeter kürzer schneide also ich brauche maximal die liegefläche bis hier und ich lasse den halt paar zentimeter länger so wird er natürlich auch leichter das jetzt ist jetzt nur eine beispiel tür ich nehme hier jetzt gleich streifen raus und daraus werde ich dann halt das neue armaturenbrett machen das wird ja jetzt länger und ja mit dem display muss ich mal schauen ich habe vorne das jetzt erstmal wie gesagt verbreitert und ja ich weiß nicht das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus wenn ich das jetzt so breiter gezogen habe aber ich muss sagen hier drin habe ich jetzt extrem viel platz das ist sehr gut ja auf jeden fall werden wir mal weitermachen ja so dass hier vorne habe ich jetzt alles perfekt auf maß geschnitten also genau identisch auf der anderen seite von der höhe von der breite alles auf jeden fall was ich jetzt mache ist einmal mir ich ziehe mir das maß jetzt nach vorne ich lege einfach eine dachlatte dahin und unterkante brett werde ich dann das klappbrett montieren das heißt ich werde mir jetzt hier ein strich ziehen links und rechts und so kann ich die leiste auch perfekt ausrichten das ganze mache ich dann auf der anderen seite auch und dann haben wir schon mal ein fixpunkt und danach müssen wir gucken wo wir den tisch hin machen ich muss gucken wo das armaturenbrett dementsprechend hinkommt ja alles nicht einfach aber machbar okay so so ich gucke jetzt mal ob das die perfekte tischhöhe ist ich werde mich jetzt gleich mal reinsetzen und einfach mal schauen so 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 Das war's. Das war's. Ja wie wir sehen, das Armaturenbrett kann ich auf jeden Fall länger lassen. Das ist schon mal chillig. Die Höhe scheint mir auch einigermaßen okay zu sein. Ich werde das nochmal genau auspositionieren. Die Latte nochmal nach hinten ziehen und hier hinten sitzen und dann gucken. Aber ansonsten kann ich gleich schon mal die Länge des Armaturenbrettes anfertigen. Schaut mal, ich habe wieder einiges verändert. Ich habe jetzt mal hier diese Leisten reingezogen und das soll quasi meine Auflage fürs Armaturenbrett sein. Und wenn wir jetzt mal hier unten drunter gucken, wir haben genau eine Flucht hiermit. Das heißt, ich kann mein Brett wunderschön hier drunter schieben. Vielleicht sogar V-förmig anordnen, je nachdem. Lenker runterklappen und nach hinten ziehen bis hierhin. Jetzt habe ich mal geguckt. Ich kann das hier hochklappen. Das Gute ist, der kann nicht weiter nach hinten. Ich habe jetzt einen Anschlag. Ich muss den jetzt eigentlich wieder zu mir ziehen. Aber jetzt kann ich mich wunderschön anlehnen. Von der Höhe her passt das auch mit dem Tisch. Und den kann ich ja wie gesagt durch den ganzen Wagen schieben. Die Leisten werden noch natürlich gekürzt. Das Gute ist, ich könnte die auch jetzt so verschrauben. Allerdings kommt hier die Fräsung hin. Muss ich mal schauen, wie ich das hiermit mache. Ah, wird schon irgendwie. Also das hier ist richtig genial. Das ist quasi, ja, zwei in ein. Wenn ich den jetzt zurück mache, geht der halt komplett runter. Schaut mal, ich bin auch der Knaller. Ich schraube diese Leisten fest, obwohl diese Höhe gar nicht passt. Ich muss mit dem hier noch viel höher gehen. Ich bin jetzt hiervon ausgegangen, aber nicht von hier. Beziehungsweise mit dem Hochlehner muss ich ja mindestens noch mal eine Dachlattenstärke nach oben. Und wenn wir mal gucken, dann ist das immer noch zu wenig. Das heißt, so hoch hätte ich die Schrauben sollen mindestens. Jetzt habe ich hier vorne Bohrlöcher in dem Innenbereich. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Na gut, passiert. Auf jeden Fall habe ich diesen Raum hier als Klappe dann. Je nachdem, wie weit ich das hier nach vorne plane. Bis hier kann ich das auf jeden Fall planen, wie wir sehen. Ich gehe wahrscheinlich noch einen Ticken weiter nach hinten. Nur minimal, so maximal. Aber wir sehen schon, dass das Armaturenbrett mindestens, ja, fast 10 cm länger wird. Das Gute ist, ich habe natürlich hier mehr Auflagefläche. Das Ganze wird breiter. Meine Überlegung ist echt mal zu versuchen, dieses Display hier mit einzuarbeiten. Dass das aber hier oben so ein bisschen übersteht quasi. Und das hier wieder runter. Das versuche ich mal. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020